Der hat Aldi-Spieler, der zu Hause steht. Die war schon da. Im Hobby-Raum hat er gestehen. Um die. Das Ding ist kleiner als mein Finger. Mit dem Ding schnibbel ich die Dinger dermaßen nicht. Oh ja. Bis wie viel geht es eigentlich bis? Sieben. Eins noch. Eins, eins. Nein. Einfach eine Nummer, wie das hier. Oh, Finger. Ja. Drei, zwei. Nein. Einfacher Fehler. Ja. Drei, drei. Eins, zwei. Ah. Vier, vier. Wie viele Aufschläge hat man? Ein oder zwei? Einmal zwei. Nein. Nein. Vier. Scheiße. Sechs, vier. Chinesisch. Ja, ist gut. Ist doch klar. Ist gut. Ich kenne Timo Boll auch ganz gut deswegen. Hä? Natürlich nicht. Was? Ich wär soweit. Loser Ball. Du hast eben das Spiel verloren. Ich bin soweit. Ja, ist klar. Jetzt treff ich nicht mehr. Ist jetzt abwechselnd, ne? Ist klar. Boah. Das kann sich ziehen jetzt, ne? Eins. Ich dachte, ich treffe keinen mehr. Natürlich. In der Probe alles. Und jetzt? Das sind wir doch. Eins, eins. Oh. Wichtig. Wichtig fürs Gefühl. Nein. Oh. So weit. Ich kann nicht hier alles verlieren. Es geht nicht. Ja. Mal mitziehen. Oh. Boah, das ist knapp. Knapp reicht nicht. Nein, reicht doch nicht. Oh. Ich treffe nur, wenn du triffst. Nee. Druck. Warum? Ich hab angefangen. Nee, ich hab angefangen. Nee, das stimmt. Du hast angefangen. Gut, dass du es gesagt hast. Och. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Genau. Ganz wichtig. Oh. Ganz wichtig. Glaube ich ja nicht. Der lag nicht. Der war schon drin. Nee. Der rollte am Rand. Gut. Steht noch 2-2, ne? Scheiße. Das ist so wichtig. Jetzt wird es eklig. Das ist so wichtig. Jetzt wird es ganz eklig. Sag mal. Wahnsinn, ne? Wenn der trifft, treffe ich auch auf einmal. Hey du, kein Druck. Ich guck. Ich guck. Wie kann man einflohen? Das ist so wichtig. Eine der mehrere Mitarbeiter sind zu gewinnen. Also, ich wollte das ganze Zeit vertreten. Und dann kann das alles komplett inzuhören. Jetzt muss ich nachlegen. Jetzt hast du gar keinen Druck mehr. Das ist kein Problem. Stechen oder was? Na klar. Krass. Oh, zu flach. Oh. Ich merke schon, wir machen das einfach miteinander alles. Das glaub ich nicht, der bleibt da fast am Korb liegen. Jetzt wird es peinlich langsam. Na gut. Das ist der Sieg! Das gibt's doch nicht, ey. Ja. Oh, für Gottes Willen. Oh, für Gottes Willen. Das ist unglaublich. Och, nee. Oh, der war schon mal besser. Kann sich auch nur um einen Sturm handeln. Scheiße. Boah, ich bin zu genauer. Das kriege ich, wenn ich gar kein Spiel gewinnen muss. Ach, nee. Oh, Gottes Willen, ey. Das ist nicht mein Spiel. Das ist nicht mein Spiel. Wie kann der denn nicht reinrutschen? Das ist nicht mein Spiel. Boah. Schön, dass der trifft auch nix gerade. Sagt der Herr und Trauer. Klar. Drei. Warum sag ich was? Oh, der war durch, ey. Ganz sauber. So will ich ihn die ganze Zeit schon machen. Hilft auch nicht mehr. Ja, aber klar. Ging wenigstens schnell das hier, ne? Scheiße. Da hab ich ja schon gewonnen, wenn es nur fünf Spiele gibt, ey. Ist doch. Ich gewinn die wichtigen. Mario Kart. Das ist ja nicht mehr Böller und Piare dabei. Egal. Eine Goldmedaille hole ich mir. Das wirst du sicher gewinnen. Kann ich. Drei Umdraume. Eins. War drüber, ne? Mhm. Oh! Wird mit allem gearbeitet. Oh! 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 Wird mit allem gearbeitet. Natürlich. Jungs auch. Oh, nee! Bei jedem einen. So gerade? Ja. Ey, das ist unfassbar. Gewinn kein Spiel. Siehste? Du musst gucken, wie du die Dinger hinlegst, damit du die hoch bekommst. Wissenschaft daraus. Da muss man aufpassen, dass man das vernünftig zusammenschneidet. Sonst versteht man das falsch. Der hat leider nicht gesessen, aber es wäre so. Der lag drin und fällt raus. Okay. Hätte auch nichts geändert. Ich lass ihn zählen. Hätte auch nichts geändert, aber den will ich haben. Den will ich haben. Dann kriegt 2-1. Das ist sehr gut in Ordnung. 3, 2, 1, los! 3-mal zurückgeschossen kriegen wir. 3-mal zurückgeschossen kriegen wir. 3, 2, 1, los! 3, 2, 1, los! Das haben wir. Frühstart. 3, 2, 1, los! 3, 2, los! 3, 2, los! 3, 2, los! 4, los! Das ist doch scheiße! Hör mal! Ich verliere jedes Spiel! Ich habe jedes Spiel verloren! Das ging schnell! Jedes einzelne Spiel verloren! Das ist hier. Immerhin habe ich einen rübergelegt. Das ist ja klasse! Mein Gott! Macht nichts raus. Der spielt das täglich aber auch alles. Muss man auch dazu sagen. Ja, genau. Ich nehme auch die Sibelmetall. Ich nehme auch die Sibelmetall. All die Spiele hat er zu Hause stehen. Die war schon da. Im Hobbyraum hat er die stehen. Genau. Im Keller.